Im Rahmen meiner Bewerbung für das Bürgermeisteramt habe ich mich für die Kommunikation von sechs Schlüsselbegriffen entschieden. Und einer dieser Begriffe ist begeistern. Begeistern ist ein ganz großes Wort. Was bedeutet es? Begeistern bedeutet, dass wir aus uns selbst heraus uns für eine Sache auf den Weg machen, weil wir Ziele erreichen wollen, weil wir von diesen Zielen überzeugt sind. Es ist also eine Art intrinsische, eine von innen kommende Motivation. Und wie kann man sie für die Politik nutzen? Man kann sie für die Politik nutzen, indem man sich gemeinsam mit anderen für politische Ziele begeistert, wenn man sich zusammensetzt und plant und auch die kleinen Erfolge und die großen Erfolge genießt und feiert und dann zum nächsten Ziel übergeht. Von daher wünsche ich mir für die nächsten fünf Jahre in Herden, dass wir ganz viele Menschen für die Politik in Herden und für die Zukunft unserer Stadt begeistern. Von daher wünsche ich mir für die Politik in Herden und für die Politik in Herden und für die Politik in Herden und für die Politik in Herden.